Hallo, ich bin der Markus von Stinkprogrammieren. Ich bin jetzt hier auf dem Messestand von KURIER. Seid ihr jetzt mit der Sandstra? Hallo Sandstra, ich bin beim KURIER. Beim KURIER. Ihr seid ja hier sehr vielseitiger im Aufgabenbereich. Erstens einmal mit verschiedenen Leuten reden, die Leute aufmerksam machen auf verschiedene Schärbeformen des KURIERS, Bountys verschenken, die Leute beglücken mit Zeitungen, mit Art des Abos. Ja, also sehr netter Bereich. Wie viel verdient man beim KURIER? Ach, die Geldfrage ist immer so geheim, darüber redet man eigentlich. Aber gut, sonst würde ich es nicht machen. Okay, kannst du mir mal ein lustiges Erlebnis beim KURIER berichten? Die lustigen Erlebnisse sind meist jene, wenn die Leute vorbeikommen, sich die Zeitung anschauen, auch super Titel gelangt oder schöne Schlagzeile habt ihr heute. Habe ich schon gelesen. Wollen Sie ihn für zwei Wochen testen? Nein, ich bin auch noch verwendet. Okay. Sind wir ganz nett. Okay, auf Wiedersehen. Danke für das Interview. Vielen Dank. Danke. Danke.